Moin Moin, so kleine Zusammenfassung, letzte Trainingswoche, was ist da alles passiert? Alle Mainlifts jetzt im Schnelldurchlauf. Viel Spaß! Wird 6 p.m., I'm sorry, my back hurts and I got my heart. Wow! Let me go Let me go It's a little body job I wasn't bridged up I had to waste money doing this job It's a little while For your little sony Tell me to sign I'm stuck here Listen to me Wait for you Tell you when I smile I'm lonely She wants me to say What the news do you got So let me go Let me go I'm lonely She wants me to say Where's the reason When I feel So let me go Let me go Okay, das habt ihr schon mal verstanden Jetzt gibt es noch eine kleine Vorschau auf die nächste Woche Da wird es darum gehen Die Trainingsmaxima für meinen zweiten Zyklus zu bestimmen Ich muss alle vier Hauptübungen machen, klar Und bei jeder Hauptübung, bei der ich im Arbeitssatz mehr als 10 Wiederholungen schaffe Darf ich meine Trainingsmaximalen steigern Aber das wird verdammt brutal Ich muss nämlich für meine Verhältnisse ziemlich hohe Gewichte nehmen Das Kreuzheben stand gestern schon auf dem Plan Da gucken wir jetzt nochmal kurz rein Und dann, kleine Enecdote am Rande Das Team Andro-Mitglied Karate for Life Auch Christian genannt Macht sich gerade den Spaß draus Meine Kreuzhebe-Einheiten nachzutrainieren Und der Hund ist besser als ich Gibt es gar nicht Mal gucken, ob er die Leistungen ausschlagen wird Ich habe ihm schon mal gepostet, was er machen muss Wird ein interessantes Battlefield in den nächsten Wochen, glaube ich Aber ich halte euch auf dem Laufenden Okay, das war es jetzt wirklich von mir Macht's gut, bis dann Bis dann, bis dann, bis dann